Hm, 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 jup. Bäm, hm, 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 hm. Bäm, hm, 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 hm. Ich hoffe, es geht allen gut und, ähm, ich schweze schon, weil ich bin auf Sprachnachricht. Oh, ich hoffe, es geht allen gut und ich bin da gerade in Basel. Hallo, ähm, in meinem trauten Heim, ähm, in der, in der Zweitligenschaft, das klingt so schick, in meinem kleinen Zimmerchen in Zürich, ähm, ist jetzt dafür ein paar Tage die Heizung nicht gegangen. Das heisst, der Big Club, vielleicht zwei Stunden da drin gesehen, haben wir den Arsch abgefroren. Oh, das ist wirklich erstaunlich. Wenn das ganze Haus einfach keine funktionierende Heizung hat, ja, ist halt kaputt gegangen, dann merkst du mal, wie viel das ausmacht. Nicht nur, nicht nur die Heizkörper, die man an oder ab hat, sondern wenn auf dem Haus kalt ist, wenn auf der Wand eiskalt ist, der Boden eiskalt, kann einmal kurz irgendwie, äh, die Fernbedienung, ja, die von, von, von Apple TV, das hat ja so eine, so eine, was ist das, so eine, so eine metallische Überzug, so eine krumme, keine Ahnung, wie man das nennt. Ich bin kein Metall-Expert, ja, im Gegensatz zu Metal, ähm, dort habe ich auch keine Ahnung. Ähm, das habe ich schnell in die Hand genommen und es ist wirklich gesehen, als hätte man es aus dem Kühlschrank genommen. Äh, aber das ist gar nicht so ein Thema heute. Anyway, was will ich euch erzählen? Ich will euch ein bisschen erzählen, ähm, ein kleines Update. Ähm, ich glaube, vorletzte Solo-Folge habe ich, habe ich mich ein bisschen, ähm, mit dem Black Friday beschäftigt, ja, und, äh, bin natürlich selber, äh, dann gleich, ähm, auch ein bisschen Opfer geworden, ist immer so, oder, man ist so gern, einfach am, sich darüber aufregen und danach merkt man so, oh, aber, aber das wäre jetzt gerade schon, das wäre jetzt gerade schon ein guter Moment, dass ich das kaufe, ja, so ein bisschen Zeugs für, für die Wohnung, ich habe irgendwie, zum Beispiel, ähm, für den Teppich, dass der nicht rutscht in so einer Untermatte und so Zeugs, ja. Habe ich bei einem Online-Handler bestellt, äh, bloß noch ein Möbel, den ich, äh, ich gerade gebraucht habe für in die Küche, und dann nachher kommt irgendwie, einen Tag später, kommt so ein Paket, mit einem Notebook. Ich habe kein Notebook bestellt. Ah, also ich so, leider ist es kein Geiles gewesen. Ich bin, ich bin kein Apple-Jünger, aber, ähm, ich hatte schon gern Macbooks und nicht das Notebook. Wie hat es geheissen? Vivo. Keine Ahnung, was es ist. Auf jeden Fall, ich habe es dann schnell googelt und habe gemerkt, äh, es hat nicht so viel Wert, mh, es sieht auch nicht schön aus. Ah, fuck, ich muss es melden. Wenn es jetzt, wenn es jetzt ein Macbook Pro mit dem neuesten Prozessor gesehen war, dann hätte ich gefunden, äh, das ist jetzt dumm gelaufen. Ah, ich habe eigentlich, ich habe eigentlich eine Teppichmatte für 20 Sturz wollen und habe jetzt ein dreieinhalbtausend-Franckiges-Notebook. Ja, no, so kann es halt passieren, gell? Das war, das war dann wirklich sehr Black Friday gewesen. Das war the blackest of all Fridays ever gewesen. Nein, dann musste ich es malden, dann musste ich in so einem Chat mit irgendjemandem schreiben und, äh, jetzt haben sie mir eine Etikette geschickt. Oh, aber per Mail. Ah, das heisst, ich muss es noch ausdrucken, das muss ich im Büro machen und dann kann ich das Notebook zurückschicken. Danke, danke vielmals. Das ist ja das Beste. Das ist wirklich, Black Friday ist so übertrieben, dass wirklich einfach bei diesem Online-Handel sind ja wahrscheinlich, sind ja wahrscheinlich irgendwelche Zusatz-Jobs so, hey, auf irgendwelche Studi-Foren haben sie wahrscheinlich gefunden, wer will für absoluten Mindestlohn irgendwie zwölf Stunden am Tag einfach Päckchen machen, einfach Scheiss verpacken, in Karton, viel zu gross, mit noch so Luft, äh, wie heissen die, so Luftplastik-Säckchen, für das dann einfach das kleinste Ding drin ist, ja, weil das habe ich noch bestellt, genau, das ist separat gekommen, ein Magnetleisten für so Messer in der Küche. Ah, je. Ja, und jetzt kann ich das dort zurückschicken und eben, die Menschen, die sind wahrscheinlich auch stundenlang am Packen und dann ist es irgendwann so, ah, Notebook da drin, äh, 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 und ich frage mich, ob irgendjemand auf einen Notebook gewartet hat und der lacht hat, äh, 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 teppichmatte gekriegt hat so, äh, äh, was will ich mit dem? Äh, 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 so viel, äh, so viel zu dem, ja, das, äh, kleines Update. Und, äh, ja, seit ich ein bisschen aufgetreten habe, in Bad Ragaz, ein Comedy-Dinner hatte, sehr spassig gesehen, dann bin ich auf Neuhuuse am Rifall ins Trottetheater, dort bin ich noch nie gesehen und das ist immer spannend, an beiden Auftritten, ähm, ich frage immer gerne am Anfang, was er mich schon mal gesehen hat und, äh, ich glaube, beide Mal hat einfach niemand sich gemeldet. Hahahaha Und dann bist du schon so da so, ah, warte jetzt, ich spiele mein fünfter Programm, also beim Comedy-Dinner habe ich es so ein bisschen zusammengesetzt, aber am Samstag, ich spiele mein fünfter Programm, wann ihr die ersten vier auch noch sehen? Ich könnte mal mit dem ersten anfangen, dann könnt ihr sagen, Zugabe, dann spiele ich das zweite. So, so wie so die epischen, was gibt's, so Movie Nights, Lord of the Rings Uncut, alle drei Teile, dann kommst du am Samstag am Nachmittag ins Kino, und gehst schon am Sonntagmittag aus dem Kino raus, das gibt's sonst nur in Berlin mit Clubs, wobei ich glaube, dort gehst du eher am Sonntagmittag in den Club. Ich weiss das nicht so genau. Ähm, nein, aber das ist, das ist einerseits immer, äh, also, nicht erstaunlich, sondern irgendwie macht's ja Sinn, weil zum Beispiel im Trottentheater habe ich noch nie gespielt, also die hätten nebeneinander ahnen müssen, ähm, und das finde ich dann auch das Geile, dass wenn man an Ort kann, neue Huse am Riefall, gerade bist du auf Hause, oder, man kann an Ort neu ahnen, und es ist nicht, dass die Menschen extra nebeneinander wieder reisen, um dich zu sehen, aber, wenn du schon dort bist, dann sagst du, ah, wieso nicht? Und das finde ich hohe geil, und darum macht's also Spass, in der Schweiz aufzutreten, weil man kann an die kleinsten Orte und mir ist auch klar, ich bin, ich bin, äh, ein sehr kleiner Fisch in einem Comedy, äh, äh, Teich, See wahrscheinlich mittlerweile, und, ähm, wenn ich jetzt sage, hey, ich mache drei Shows, Zürich, Basel, Bern, dann kommen einfach die Leute von Zürich, Basel, Bern, ja, aber wenn ich sage, hey, ich komme auch noch auf Neuhaus am Riefall, dann kommt doch, äh, äh, eine kleine Menge, nicht eine Wahnsinnsmenge, aber es kommen doch ein paar Menschen, die finden, ich will das jetzt mal sehen, und, ähm, das finde ich, finde ich mega schön, darum wirklich, vielen Dank an alle Menschen, die irgendeinem eine Show kommen, und, dass sie auch noch nie vorher eine Show von mir gesehen haben, und finden, doch, jetzt gehe ich mal, das, das zeigt irgendwie, dass etwas, ähm, ja, richtig ist das falsche Wort, aber das, dass etwas geht, ja, und, ähm, das ist geil gewesen, weil zuvorderst vorne ist, äh, noch ein, noch ein Journalist gesessen, und das hat mich super irritiert, weil halt einfach, es hat mich, es ist so gesehen, wie bei einem Tryout, wenn einfach jemand dort sitzt, nicht lachend, und die ganze Zeit Notizen macht, das kenne ich nur von Tryouts, von Kolleginnen und Kollegen, z.B. mein aller, also das ist, das kann man nicht den Auftritt nennen, sondern, nachdem ich entschieden habe, dass ich, dass ich endlich ein Soloprogramm schreibe, habe ich, das habe ich sicher schon erzählt, mal irgendeinem, in dem Podcast oder so, aber ich erzähle es jetzt trotzdem schnell, habe ich, äh, mittlerweile einen guten Freund von mir, damals, äh, noch nie persönlich wirklich kennt, äh, der Manuel Weingartner, der Jardin Duvin, toll Autor, ähm, hat damals für Jacobo Müller geschrieben, ähm, nachdem, der Victor ihn auf Twitter entdeckt hat, sozusagen, und, ähm, ich habe gewusst, wer er ist, und er ist einmal eine Primetime-Show von mir gelungen, und danach hat Hanni eben entschieden, ich muss das jetzt machen, ich muss jetzt ein Soloprogramm schreiben, es geht nicht anders, und, ähm, da habe ich dann auf Twitter geschrieben und habe gesagt, hey, ich glaube, ich brauche, ich brauche einen Regisseur, ich will ein Soloprogramm schreiben, ich will selber schreiben, aber ich brauche jemanden, der mir irgendwie so ein bisschen hilft beim Zusammensetzen und irgendwie mir auch sagt, was gut ist und was nicht, und hauptsächlich vor allem damals, mir ein Tritt in den Arsch geht, weil, wenn man anfängt, dann muss man ja mal anfangen, und man kann es natürlich geben, so Ewigkeit als Ziel haben, und ich habe mal hier etwas Kleines geschrieben und dort mal, und dann haben wir uns getroffen, also er hat zuerst zurückgeschrieben, gefunden, ich traue mir das zu, und dann haben wir uns getroffen, haben uns gerade verstanden, was super war, ich habe ihm so ein bisschen etwas gezeigt, was ich lustig finde, einfach so als, als quasi, wie will man sagen, Massstab, damit wir nicht völlig aneinander vorbeiredet, weil eben, wenn man noch nichts hat, dann muss man irgendwann anfangen, und dann habe ich gefunden, ich zeige dir einfach mal, was ich lustig finde, so zum Start, und das hat er zum Glück auch lustig gefunden, und dann hat er gefunden, okay, das kann ich mir vorstellen, und dann hat er mir gesagt, schreib, bis, was ist das gewesen, irgendwie, wir sind jetzt so, Ende Jahr, Anfang neues Jahr, und dann hat er irgendwie gesagt, mach bis Februar fünf Nummern, dann sind es noch Nummern gesehen, effektiv, ganze Text, und natürlich habe ich nicht fünf gemacht, aber immerhin zwei, und so ist das dann langsam ins Rollen gekommen, und das ist aber gute zwei Jahre gewesen, bevor dann meine Premiere gesehen ist, ja, und das heisst, nach einem Jahr, auch so irgendwie im Dezember oder Januar, habe ich in meiner alten Wohnung, ganz kleine Scheisswohnung, aber super, also, sie ist nicht kleiner, als die, wo ich jetzt drin bin, und, und dann habe ich vor ihm, und meinem damaligen Manager, dem Dominik Gisin, habe ich eine Stunde performt, einfach, was ich bis damals geschrieben habe, und die sind eine Stunde dort gesessen, haben mich angeschaut, ich glaube, sie haben zwei, drei Mal aus Höflichkeit gelacht, haben unglaublich viel aufgeschrieben, und nachher haben sie mir Feedback gegeben, ehrliches, konstruktives, aber natürlich absolut vernichtendes, und dann habe ich glaube, so ziemlich all das Material weggeschmissen, und habe nochmal neues Zeugs geschrieben, und mit dem bin ich dann irgendwie zweimal, so kurz auftritt, einmal eine offene Bühne, zehn Minuten, einmal in der Zukunft, zwanzig Minuten, bin ich mit dem aufgetreten, und, und dann nachher, das ist im November 13, dann Premiere gewesen, mit den restlichen, 100 Minuten oder so, und auf jeden Fall, der Journalist, hat mich ein bisschen an das erinnert, ähm, der hat sicher Dings geschrieben, muss man schauen, also, geschrieben hat er sicher, weiss nicht, ob es schon draussen ist, gehen wir mal, schnell schauen, Uh, tatsächlich, so, ich lese jetzt live, Kritik vor, kann sie noch nicht lesen, ich schwöre es, bin sehr gespannt, Kai Forti, toll, wieso hast du eine Forti-Kamera mitgenommen? Okay, die schwebende Braut, der lustige Alltag, und Stand auf, sehr gut, Titel richtig geschrieben, wie nennt man es, Sub-Lied, einfach das noch ein bisschen dickere, unter dran, wieder einmal so richtig herzhaft lachen, geil, Joel von Mutzenbecher brachte es fertig, mit seinem Programm Stand auf, im Vorprogramm schilderte Cenk Korkmas, unter anderem völlig schräge Hochzeitssituationen, alright, Neuhausen, ich bin ein Wintertourer, sagte der schüchtern auf die Bühne getretene junge Mann, Klammere Cenk Korkmas, ins Mikrofon, er macht sich noch kleiner, er komme aus Wintertour, Töss, wo geblöfft wird, wer im höheren Block wohnt, und wer mit noch mehr Kindern in einer Einzimmerwohnung lebe, als der andere, als der andere, okay, das ist geil, das sind so, das sind so, Paraphrasierungen von Bits, das finde ich immer spannend, die Bilder, die Korkmas mit seinen Worten malt, werden so richtig schräg, als er von der südländischen Hochzeit seiner Cousine, in einer Turnhalle erzählt, so, jetzt weiss, wenn man jetzt das nicht gesehen hat, dann weiss man leider schon, ein sehr, sehr grosser Gag, er lässt seine Fantasie frei, in Lauf, okay, ich lese das jetzt alles nicht vor, das sind wirklich einfach alles Inhalt, aber alles scheint realistisch greifbar, und dennoch schleierhaft, wie alle Lösungen in seinen Geschichten, diese ist wahrscheinlich erfunden, vielleicht, aber auch nicht, nach der Pause, tritt der wohl allen Bekannte, mehrfach preisgekrönte Joel von Mutzenbecher, auf die Bühne, bis jetzt ist okay, er spricht lebhaft, mit vollem Körpereinsatz, es kracht aus allen Boxen, geil, stand auf, heisst sein Programm, und er trifft genau, in die richtige Zeit damit, muss dazu sagen, lebhaft, voller Körpereinsatz, das freut mich sehr, weil ich bin ziemlich verkatert gewesen, ich glaube nicht, dass man es in der Show gemerkt hat, aber es ist für mich, super anstrengend gewesen, warum kann ich nachher noch erzählen, per Zufall, wie er sagt, denn der Name seines Programms, stand schon vor der Pandemie fest, yes, ein Kind sei beim Spielen hingefallen, es sah zur Mutter, mhm, mhm, und das sind wieder Inhalte, das wiederum, hat er unserem Mutzenbecher offenbar Eindruck gemacht, okay, das kann ich noch erzählen, die Inhalte, sorry, sehr, wie er es vorlesen, aber ich, ich, ich finde es immer schwierig, wenn, eben Inhalte schon präsentiert werden, ohne, dass man effektiv der, der Gag, der Joke dazu, äh, hat, oder man hat dann schon Infos, wo einem viele Sachen kaputt machen, das ist, das ist ja, wie das Problem mit den Trailern mittlerweile, von Filmen, wo einfach, äh, ein Studio-Boss, meistens ja männlich, äh, irgendwie sagt, gib mir meine fünf Trailer-Momente, und dann werden die geschildert, und der Rest vom Film ist dann eigentlich wie Wurscht, und dann hat er auf die fünf Trailer-Momente, werden die dann, gezeigt, und dann geht man in den Film, und dann hat man einfach die lustige Sache, vor allem bei Komödie, hat man die lustige Sache schon gesehen, aber das kann ich jetzt gleich noch sagen, he, ein Kind sei beim Spielen hingefallen, es sah zur Mutter, die nicht reagierte, es habe gezögert, weinen oder aufstehen, es stand auf, das hat ihm offenbar gefallen, und es spielte umfallen bis zum Umfallen, das wiederum hatte unserem Mutzenbecher, offenbar Eindruck gemacht, ihm, der nach der Vorstellung sagte, dass er alles, was er erzählt, auch wirklich erlebt habe, und dieses möglichst nahe, der Wirklichkeit wiedergebe, richtig, er lässt nichts aus, macht von nichts halt, beleidigt aber niemanden, dennoch überzeichnet er jede Situation, bis sie lustig wird, auch langweilige Arbeiten, die er alle schon gemacht, oder besser durchgemacht hatte, vom Brötlimacher, bei einem Großverteiler, bis zum langweiligsten Bürojob, erlebte er immer etwas, bei dem er die Besucher zum Lachen bringt, er nimmt einen Rapper, und eine Schlagersängerin auf die Schippe, Rapper, der DJ Boopo, das ist ein Nattesdruck, Rapper, Uber-Taxis, und in diesem Zusammenhang, einen sehr schweizerischen Polizist, Joel geht mit seiner Großmutter nach New York, und lässt uns schliesslich, an einem Spitalaufenthalt, mit einer stämmigen deutschen Krankenschwester, Nein, du gehst jetzt nicht mehr aufs WC, an seiner Genesung teilnehmen. Dabei führte das Aufstehen, anhand der möglichen Spitalbettfunktionen, unter anhaltendem Gelächter, überaus köstlich und komisch vor. Die Comedians bescherten den Trottenbesuchern, einen fröhlichen, unbeschwerten Abend. Punkt. Alright. Yeah. Mache ich vielleicht sogar auf die Webseite. Nein, ich mache eigentlich alle auf die Webseite. Ah. Es ist nicht schlecht. Es ist schön geschrieben. Ich wünsche mir immer entweder ein Verriss, oder wirklich so, so überdimensionale Superlative, dass man es eigentlich gerade auf ein Plakat müsste knallen, oder? Und alles andere ist immer so, jetzt ist es nice. Aber ich finde es schön, weil es gibt nur noch wenige Orte, wo überhaupt die Presse kommt. Ist natürlich auch mit der Frage verbunden, wie wichtig die Presse noch ist. Ich meine, im Vorfeld kann es helfen, nachträglich. Eben kann es vielleicht helfen, indem man das dann wieder braucht für etwas. Aber so im Gesamten, denke ich immer so, eben so Programmrezensionen. Das ist eine persönliche Meinung. Und das ist jetzt eben mehr so eine Schilderung gesehen, von es hat stattgefunden, und das ist passiert. Darum, sehr nett. Er war sehr nett, er war sehr nett, er war sehr nett, ich habe nachher noch kurz mit ihm gesprochen. Der Grund, warum ich mich ein bisschen verhattet war, ist, weil ein guter Kollege aus der Comedy-Szene, selber Manager von anderen guten Kollegen, wie gerade vorher genannt, Cenk und Charles und Rob und Sven Ivanić. Rob Spence, Sven Ivanić, ja. Der Tim, der hat sein 30. Geburtstag gehabt und hat sich zu seinem Geburtstag einen Roast gewünscht. Und das haben wir auch gemacht. Und das ist so lustig gewesen. Es ist so geil. Und es hat mir wieder mal gezeigt, wenn Comedy richtig eingebettet ist und den richtigen Rahmen hat, dann ist es einfach das Geilste auf der Welt. Ich meine, das ist ein Geburtstagsfest gewesen, einfach ein paar Leute. Und nicht, logischerweise, nicht ein vergierter Auftritt. Und es ist trotzdem einfach der Geilste gesehen, das ja. Also das zeigt mir dann immer, wie nebensächlich das Finanzielle ist und wie hauptsächlich das Künstlerische ist. Natürlich ist das Geilste, wenn man davon leben kann, aber es ist auch einfach schön, wenn man es machen kann. Und wir haben alle ein bisschen Zeug geschrieben und so. Und Rob hat leider nicht dabei sein können, aber er hat trotzdem etwas geschrieben, was dann ich als er performt habe. Und wir haben auch untereinander und untereinander haben wir Zeug geschrieben. Und und haben uns auf der Gegenseitig richtig hart gerostet. Und ich meine, es steht jetzt gerade in diesem Artikel, ich eigentlich nie jemanden beleidigen. Aber wenn man weiss, es ist okay und es verstehen es alle, also alle im Raum, wo zuschauen und auch die auf der Bühne, ähm, dann macht es einfach super Spass, weil man will nicht jemanden beleidigen, dass es einen trifft, sondern man will einfach einfach eben möglichst geile Jokes bringen, die einen zum Lachen bringen. Und äh, zum Glück bestehen wir alle aus sehr viel Selbstironie, dass ich finde nichts lustiger, als wenn jemand aber einen geilen Roastjob über mich hat. Das finde ich grossartig. Irgendwie, ähm, in Berlin hat mal eine Ingrid Wenzel hat mir mal gesagt, ich sei so harzig mit meiner Frisur, so flauschig und alles so Zeugs. Ich kann leider nicht mehr genau wiedergeben, aber die Schlusspointe hat dann ich gesehen, wenn ich jetzt noch ein bisschen Aufnahmefeiger war, dann würde sie mich wunderbar als Tornpore brauchen. So Zeugs, ich liebe es einfach. Aber, das habe ich eben wieder gemerkt, es muss allen klar sein, was passiert, es muss ein Rahmen abgesteckt sein. Und das ist zum Teil so schwierig bei den Comedy. Wenn du dann halt irgendwie an einem Ort bist, wo das nicht deklariert wird, wo irgendwie die Leute nicht verstehen, weil sie sie nicht können verstehen, was jetzt gerade passiert, dann kann es schwierig werden. Aber an so einem oben, es ist so geil und es war auch für uns gesehen, also wir haben abgemacht, dass das wirklich eine interne Sache ist und eben drum auch das Wirklichkeit zurückhaltend gibt. Ja, das hat es auch sonst nicht gegeben und darum habe ich leichte Karten gehabt. So, jetzt ist immer noch, was ist Mittwoch? Genau, im Montreux bin ich noch gesehen, an der ersten sozusagen Generalversammlung vom Schweizer Humor. Viele Panels, viele Diskussionen. Ich weiss jetzt nicht, ob ich persönlich etwas Neues dazugelehrt habe, aber trotzdem schön es war, ein paar Kolleginnen und Kollegen zu sehen und sich ein bisschen mit ihnen auszutauschen. Und auch privat es geht weiter mit Comedy. Heute Abend gehe ich Claudio Zuccolini in Basel zu schauen. Es ist schnell zum Mittag getroffen, super lustig zu sehen. Das machen wir eigentlich oft, wenn noch mehrere Tage sind, dann treffen wir uns mal und wenn ich es kann, gehe ich auch noch zu schauen. Und ja, das freut mich mega, es wird sicher geil, weil ich bin ein Riesenfan vom Zucker. Podcast mit ihm übrigens, ein von den Ersten gesehen, und wahrscheinlich immer noch einer der Besten. Es hat unglaublich Spass gemacht. Ich glaube, so von einem einzelnen Lacher hatte ich einen von den härtesten ever. Und was haben wir noch? Notre Auftritt dieses Jahr. Dann ist Pause für knapp vier Wochen. Das Weekend Arosa Humor Festival. Zum ersten Mal darf ich in Arosa spielen an der Humor Soiree im Tschuker Hotel. Er kommt in Dinner zusammen mit der Krissi Sokol. Dann bleibe ich bis. Montagmorgen und dann fahre ich auf Zürich, wo wir jetzt oben dann Stand-up Com-Di-Show im Bernhard-Theater haben. Und an die Woche drauf. Am Sonntag ist Zauberwald Lanza Heid. Sensations Location von den Bildern her. Super Detail, super Liebe zum Detail, mega schön designt, alles tolle, keine Ahnung, wie nennt man das? Einfach toll gemacht mit den Lichtern und so, wenn ich Bilder anschaue und das freue ich mich riesig. Und dort hat es auch noch ein paar Tickets, falls jemand will kommen. Mixed Show, Oropax, Charles Nguela und ich. Wird sicher sehr, sehr geil. Und dann ein bisschen Auftrittspause für vier Wochen. Oder vielleicht müssen wir auch sagen, mindestens vier Wochen. Man weiss, was noch alles passiert. So, jetzt kommen wir noch schnell zu den E-Mails. Die E-Mails. Und ich lese jetzt eins vor, das ist auf meine öffentliche E-Mail reingegangen. Ich hoffe, es ist okay, dass ich das vorlese, weil, ich schätze es sehr. Also, das ist jetzt eins, das ich schon gelesen habe, weil es eben auf die öffentliche reingegangen ist und nicht auf die Podcast-Adresse. Aber, ich hoffe, die Dame wird es mir verzeihen oder wird es okay, gell? Lieber Joel, ich schreibe sonst wirklich nie Nachrichten an Stars. Das finde ich schon wildklasse. Star. Ich bin definitiv kein Star. aber bei dir möchte ich jetzt doch gerne eine Ausnahme machen. Dein Podcast ist so toll. Ich höre dir trotz Basler Dialekt so wahnsinnig gerne zu und finde, du hast immer spannende Gäste. aber auch deine Solo-Folgen höre ich immer gerne zu. Deinen Solo-Folgen. Ich habe gerade gedacht, das ist irgendwie nicht ganz korrekt. Danke viel, viel Mal. Darum lese ich jetzt auch das vor. Ich weiss, du hörst auch immer gerne. Das schätze ich wahnsinnig. Darum möchte ich auf dem Weg sicher schon mal Danke sagen. Da jetzt der Spotify-Jahresrückblick erschienen ist und ich Minuten deinen Podcast gehört habe und nicht zum Einschlafen möchte ich dir Danke sagen. Vielen Dank für die ganzen spannenden, lustigen und unterhaltsamen Stunden auf hoffentlich noch ganz viele weitere im nächsten Jahr. Wenn du mal eine Show im Wallis spielst, werde ich bestimmt im Publikum sitzen. Liebe Grüße aus dem Wallis. Vielen, vielen, vielen Dank. Wirklich. Es freut mich so sehr, so Sachen zu lesen. Weil ich oft in dem, aber ich mache diesen Podcast ja wirklich auch aus Spass an der Sache und umso schöner, wenn der Spass auf andere Menschen übergeht. 9'000, ich habe ein paar von diesen Spotify-Dinger bekommen. 9'000 ist schon, das ist schon viel. Das ist rekordverdächtig. Darum vielen lieben Dank und jetzt gehen wir noch auf die Podcast-Adresse. Bam, was ist da drin gekommen? 2. Erstes Mail, Hashtag Spotify rappt. Hey, hey, Jobel. Nachdem du uns in der letzten Solo-Folge hast aufgefordert, dir andere Namen zu geben, habe ich Google nach dem Spitznamen Joel gefragt. Ach, dann war es in dem Fall Jobel. Jobel gehört nebst Yoshi, Joker, Leshoelito und Joker zu meinen Favoriten. Finde ich gut, gebt mir Spitznamen, I like it. Diese Woche hat Spotify uns wie immer im Dezember wieder den Jahresrückblick geliefert. Spotify hat mir schon nicht, aber doch bestimmt mitteilt, dass mein Podcast-Konsum ein bisschen bedenklich ist. Da hat mir gerade meine persönlichen Top 5 geliefert. Oh, leider hat die Feelgood-Podcasts Podestli ganz knapp nicht erreicht. Was? Moos und Schelker, Matschenko und Gishe sowie Hazel und Thomas haben die Spitze übernohrt. Aber das ist okay, das sind alles Duos. Das heißt, ich bin auf Platz 1 der Solisten. Stimmt auch nicht, ich habe ja immer einen Gast, eine Gästin oder fast immer, abgesehen von den Solo-Folgen wie jetzt gerade. Ich liebe einfach irgendwas. Ich habe mich gefragt, was die drei anderen anders machen als du und da ist mir aufgefallen, dass sie alle einen Spitznamen haben für ihre Hörerschaft. Nurfis, Stündler und Herrgöttlis. Ah, darum also meine Frage, wird es nicht mal Zeit, deinen treuen Zuhörer ohne auch einen liebevollen Namen zu geben. Ich bin gespannt auf deine kreativen Ideen. Liebe Schockerle, ein grosses Merci für auch die grossartigen Feelgood-Momente, die du uns im letzten Jahr hast heim gesendet, mach unbedingt weiter so. Liebe Grüße aus dem schönen Bern. PS, falls dir mal die Gäste sollte ausgehen, die drei paar Kombinationen weiter oben Mail würde ich mir jetzt nur begrüssen. Absolut. Also, Matschenko und Güsche. Matschenko und Güsche. Was ist das? Muss ich schnell googeln. Ah, alles klar, jetzt ist klar, jetzt ist klar. Der Marco Gurtner und der, wie heisst er? Fuck, ich bin so schlacht. Ich weiss wie er heisst. Matthias Schenk. Waldklasse. Ja, bin ich ganz ehrlich, da muss ich mir noch gehen. Aber, Moser und Schelker habe ich getroffen bei der Comedy-Männer Party eigentlich, ja, unbedingt. Und Hazel und Thomas natürlich auch unbedingt. Ist natürlich auch nicht immer so einfach. Das muss terminlich passen. Die Leute müssen rum sein, gerade beim letzten Beispiel. Dieser Podcast hat ja noch ein paar Jahre gingen. Aber auf jeden Fall. Zu deiner Frage zurück. Ich finde es eine sehr gute Frage. Ich muss mir das ein bisschen überlegen. Aber es gibt natürlich etwas, was zum Beispiel jetzt aufgrund von deiner Spitznamen schon mal zutreffen, war irgendwie Jobelis. Jobelas und Jobelos und Jobelis. Schöckerlurch, Schöckerlurch, Ach nein, nicht wirklich, oder? Hey, Schöleis. Ich finde Schöle schrecklich. Aber ich habe es auch zu claimen, damit ich es nicht mehr schrecklich finde. Schöle. Ja, was gibt es noch? Ich habe immer gedacht, das braucht es nicht, oder? So wie, was ist es gesehen? Beliebers. Aber vielleicht braucht es tatsächlich sowas. Du hast recht. Okay, wir machen es anders. Das sind wirklich alles sehr kreative Leute, die mir immer schreiben. Und es muss ja für euch passen, weil schlussendlich werden dir so genannt. Das heisst, ich lese sehr gern oder lese sehr gern eure Vorschläge vor und werde denen eine Auswahl kreieren, die wir dann zusammen abstimmen können. So machen wir es. Bitte ab jetzt auf podcast at joel von mutzenbecher.ch Also ihr könnt gerne noch etwas dazuschreiben, aber wir gar nicht. Könnt ihr einfach Namen schreiben? Namen, Namen, Namen. Ich sammle diese, wie gesagt, ich trete bald nicht mehr auf für eine Zeit, für ein paar Wochen, dann hat man wunderbare Zeit, der Podcast geht natürlich weiter, wunderbare Zeit, um das ein bisschen auf Social Media zu lancieren. Das finde ich eine sehr gute Idee. So machen wir es. Also, schickt eure Vorschläge, wie die Hörerschaft soll genannt werden und wir werden dann basisdemokratisch abstimmen, was es soll werden. Geil. So, da sage ich wieder mal den Namen. Ich habe mir entschieden, ich weiss nicht, ob man den Namen sagen soll. Jetzt da vor Ort habe ich es nicht gesagt, ich kann es sagen, Nora. Danke viel mal Nora, die Mail vorhat, weil ich quasi ohne richtigen Konsent, weil es nicht auf die Podcast Mail gekommen ist, habe ich gefunden, ich lasse den Namen zur Sicherheit mal weg. Isabel, kennen wir natürlich, schreibt, lieber Joel, meine Mails häufen sich, ich hoffe, ich nerve noch nicht. Überhaupt nicht, ich finde es grossartig. Ich habe am letzten Wochenende deinen Podcast mit Matteo gehört und bin ein bisschen stutzig geworden ab der Aussage, dass man mit 20, 21 aus dem Elternhaus ausgezogen sein müsse, weil es etwas seltsam sei, wenn man mit 28 noch bei den Eltern wohnt. Ja, das ist natürlich auch immer alles sehr, sehr unter dem Dachverband Humor zu verstehen. Es gibt natürlich Beispiele, wo das so muss sein, so sein, aber für den Comedy-Gedanke ist es natürlich der richtige Gedanke gesehen. Mir ist bewusst, dass jeder darüber denken kann, wie er will, finde aber du als jemand, zu dem man hinaufschaut und ein Vorbild bist, sollte etwas Vorsicht walten lassen, da jeder eigene Gründe hat, wieso er nach 21 noch im Elternhaus wohnt. Das ist ein liebgemeinter Ratschlag von einem großen Fan, der selbst erst letztes Jahr mit 29 ausgezogen ist und sein Leben vollkommen finanzieren kann im Kanton Ich sage schon mal so, bei allen Sachen, die irgendwie Finanzen mitspielen, kann ich schon mal sagen, was den Kanton Zürich betrifft, das ist davon ausgenommen. Das zählt nicht dazu. Okay, erst seit August dieses Jahres habe ich ein Gehalt von, soll ich jetzt die Gehalte sagen? Nein, sage ich nicht, wo ich nun fast drei Jahre mit weniger auskommen musste. Davor hatte ich schlechtere Verdienste, obwohl ich gearbeitet habe, bis zum Umfallen. Mich düngt, dass wieder Generationen heranwachsen, die nur leisten und sich kaputt krüppeln, aber vom Geld nicht so viel rausschaut. Das soll allen da draussen Mut machen, ihr seid nicht alleine, es gibt viele, die viel zu wenig verdienen und der Auszug schwer fällt, weil das Geld an allen Ecken fehlt. Wenn ihr das Ziel vor Augen habt, werdet ihr es auch schaffen. Mit einem guten Familien- und Freundeskreis gelingt es bestimmt bald. PS, ich schreibe gerne und ja viel, das weiß ich und möchte deshalb nicht an den Verlosungen teilnehmen. Ich kaufe mir dann selbst nochmal was aus deinem Shop. Viele, viele Dank. Oh, Stirnbänder wären übrigens auch mal überlegenswert. Ich glaube, das ist wieder richtig trendy. Bin selbst Fan davon geworden. Liebe, Grüße, Isabel. Viele, viele Dank. nochmal, was gerade was im Podcast mit Matteo besprochen worden ist, ich will keine Prozentzahl sagen, aber zu einem sehr hohen Teil nicht allzu ernst zu nehmen. Wie schon gesagt, ich verstand absolut, wenn man mit gerade so Gründen zum Beispiel wie in deinem Fall länger zu Hause wohnt. Es ist ja mehr so, dass auf die Pellenrücken bei der älteren Gemeinde gesehen. Und wie gesagt, es gibt sicher ganz viele gute Gründe. Ich weiss noch, in meinem Fall ist es oft so gesehen, ich habe meiner Mutter schon einen Teil bezahlt, für das ich noch bei ihr wohne. Und dann ist es halt wirklich so gesehen, yeah, ich gehe jetzt. auch auch für meine Mutter. Darum habe ich das so gesagt. Aber nein, natürlich. Es gibt jetzt auch so viele Geschichten von Leuten, die wegen Covid vom Ausland wieder nach Hause kommen und was weiss ich. Nochmal, Ausnahmen gibt es immer und die sind auch nie gemeint damit. Gerade in der Comedy probiert man immer wieder einfach mal etwas Lustiges zu sagen, auch wenn man es nicht ganz so meint. Und man eben auch dort nicht immer alle Dörfe einbeziehen. Das diese Woche. Nice. Diese Woche mache ich gar keine Verlosung. Somit Glück an Isabel. Aber für alle jetzt, die Namen einschicken wie denn die Hörerschaft soll heissen, Hörerinnen schafft, bitte, die werden an einer Verlosung teilnehmen. Ich überlege mir noch, was genau. Das könnte sogar etwas Grösseres werden. Ich habe das Gefühl, was wollen wir sagen, bis Weihnachten. Bis Weihnachten sammle ich Namensvorschläge und dann machen wir irgendwie so aufs neue Jahr entscheiden wir, wie das genau genannt wird. Und die Person, die den richtigen Vorschlag gibt, gewinnt dann irgendetwas Schönes, Grosses. Vielleicht auch etwas Einzigartiges. Ja, ich glaube etwas Einzigartiges. Ich weiss noch nicht was. Kann ich mir nicht überlegen. Ich überlege mir den Preis, die überlegen euch Namen und so kommen wir zusammen. Weltklasse. Ich wünsche euch einen guten Rest Gast von der Woche. Seid lieb zu einem Land. Und wir sehen uns am Freitag. Neue Folge mit Gast. Ganz tolle Folge, kann ich schon mal sagen, mit Philipp Fanghauser. Freue mich sehr. Alles Liebe, bis bald. Peace. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.